Der Schenk Grinsen baut der Elchidäme Jürgens auf, gab ihm einen Klaps auf die Schulter und dröhnte Bockelmann, du altes Arschloch, wie gibst du so? Mit rudernden Armen wurden er und sein Untergebener von der Hydra verschluckt und trieben unter der Viola der extatischen Menge hilflos in Richtung Ausgang. Flieger, grüß für die Sonne, grüß für die Sterne, grüß für den Mond Unser Mann hatte eine Scheibe Roosbrief, die etwa so dick war wie der Quellekatalog, bereits zur Hälfte abgesäbelt, als ihm jemand in den Arm gefallen war. Es war der eben zurückgekehrte Maître de Buffet Junge, wir können so heiß sein. Aber schimpft er wie ein Rohrschwarz. Alter, spinnst du? Du hast gerade reichlich genommen, ich hab's gesehen. jetzt zu wenig, jetzt mit ihm etwas abgefallen! Wie ist das? Ich bin. Ich bin. für Lars. Ich bin. Ich bin. Es war mit dem Moment, ich bin. Aber ich bin. Ich bin. Warum? Ich bin. Ich bin. Ich bin. Vielen Dank.